Der Staat als Vormund von Hubertus Knabe Die Ampelkoalition will bis zu 200 Milliarden Schulden machen, damit Bürger und Unternehmen weniger für Strom und Gas zahlen müssen. Zugleich fordern Politiker die Bürger zum Energiesparen auf. Die deutsche Energiepolitik weckt Erinnerungen an vergangene Zeiten. Wer es gewohnt ist, in der Nacht am Schreibtisch zu sitzen, hat in Berlin in diesem Winter schlechte Karten. Die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften haben beschlossen, in ihren mehr als 300.000 Wohnungen die Heiztemperatur nachts bei 17 Grad zu deckeln. Auch die großen Wohnungsunternehmen Vonovia und Deutsche Wohnen wollen die Raumtemperatur von 23 bis 6 Uhr auf 17 Grad absenken. Wer spät nach Hause kommt oder nachts nicht schlafen kann, muss in diesem Jahr frieren. Die Entmündigung des Bürgers nimmt in Zeiten des Ukraine-Krieges neuer Ausmaße an. Selbst auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie konnte man zumindest in den eigenen vier Wänden selbst entscheiden, wie man die Nacht verbringt. Doch was 2020 mit restriktiven Vorschriften und flächendeckenden Plakatkampagnen begann, droht nun in der Energiepolitik eine Steigerung zu finden. Politiker und Beamte verstehen sich augenscheinlich immer häufiger als Vormund der Bürger. Die Restriktionen, die auch eine Absenkung der Raumtemperaturen am Tage in Wohnungen, 20 Grad, und öffentlichen Gebäuden, 19 Grad, umfassen, werden durch Sparappelle führender Politiker flankiert. Zitat, Auch Baden-Württembergs grüner Ministerpräsident Winfried Kretschmann forderte die Bürger auf, wegen des Krieges in der Ukraine weniger Energie zu verbrauchen. Bereits im August erklärte er, Man müsse nicht dauernd duschen, denn auch der Waschlappen sei eine, Zitat, brauchbare Erfindung. Im Rahmen einer mehrere hunderttausend Euro teuren Kampagne Cleverland zusammen Energie sparen, machten er und sein Koalitionspartner Thomas Strobl, CDU, dann kürzlich in Videos vor, wie man abends die Heizung herunterdreht oder Standby-Geräte von der Stromversorgung trennt. So direkt hatten Politiker bisher noch nie in das Privatleben der Bürger hineinzuwirken versucht. Hatte Kretschmann schon mit seinem Waschlappenplädoyer viel Spott geerntet, gab es auf die Videos noch viel mehr hämische Kommentare. Zitat, Jedes Mal, wenn man denkt, dass es nicht peinlicher werden kann, schafft ihr es, uns vom Gegenteil zu überzeugen, schrieb ein User bei YouTube. Und ein anderer meinte, Zitat, Wenn die herrschende, wohlgenährte und vom Volk losgelöste Klasse Praxistips gibt, ist der ungewollte Humorfaktor wirklich das einzig Positive. Zitat Ende. Die Vorschriften und Appelle zum Energiesparen wecken Erinnerungen an vergangene Zeiten. Schon während des Ersten Weltkrieges ordnete der Staat massive Eingriffe in das Alltagsleben an, um Energie und Rohstoffe einzusparen. Wegen der Gas- und Stromknappheit wurde zum Beispiel in der Habsburger Monarchie die Straßenbeleuchtung reduziert. Leuchtreklamen waren ebenso wenig zugelassen wie die Außenbeleuchtung von Hotels, Cafés und Theatern. Auch im Inneren der Gebäude mussten elektrische Lampen auf maximal 60 Watt reduziert werden. Geheizt werden durfte erst ab dem 15. Oktober. In Berlin werden derzeit rund 150 öffentliche Gebäude und Wahrzeichen nachts nicht mehr angestrahlt. Auch im Zweiten Weltkrieg wollten die Machthaber Energie sparen. Zu diesem Zweck gründeten die Nationalsozialisten sogar eine eigene Propagandaabteilung. Auf Plakaten konnte man damals lesen, Zitat, Der Bergmann mahnt euch an die Pflicht, spart mit Kraftstrom, Gas und Licht, spart Kohle, Zitat Ende. Um die Botschaft und das Volk zu bringen, druckten die Zeitungen Geschichten vom Kohleklau, einem schwarzen Bösewicht, den es gemeinsam zu bekämpfen galt. Zitat, Überall, wo wertvolle Kohle, Strom und Gas vergeudet werden, hat Kohlenklau seine Hände im Spiel. Zitat Ende. Hieß es zum Auftakt der Kampagne. Zitat, Er nützt unsere kleinste Gedankenlosigkeit und Nachlässigkeit für sein kriegsverbrecherisches Treiben aus. Zitat Ende. Liest man die alten Texte, ist man erstaunt, wie sehr sie den heutigen Aufforderungen zum Energiesparen ähneln. Zitat, Zitat, Es zieht kalt ins warme Zimmer, Im leeren Zimmer brennt Licht, Das Radio spielt ohne Zuhörer, Der falsch geheizte Ofen wärmt schlecht. Zitat Ende. Wurde dort zum Beispiel angeprangert. Auch die Appelle an das Gemeinschaftsgefühl klangen ähnlich. Zitat, Du und ich und wir alle tun uns jetzt zusammen und es wäre doch gelacht, wenn wir den Burschen nicht aufs Kreuz legen. Zitat Ende. Die Kampagne der Nationalsozialisten umfasste nicht nur Zeitungsartikel, sondern auch Plakate, Filme und Spiele. So ließen sie mitten im Krieg vier Millionen Exemplare eines Brettspiels mit dem Namen Jagd auf Kohlenklau produzieren. In der Anleitung hieß es, Zitat, Der Kohlenklau ist ein Bösewicht, der dem deutschen Volke schaden will. Er verschafft sich in jedem Haushalt Zutritt und versucht Kohle, das heißt Wärme, Licht und Kraftstrom und auch Gas zu stehlen. Also Dinge, die nicht nur der Haushalt, sondern auch unsere Rüstung dringend benötigt. Er geht dabei sehr schlau vor und versteht es, sich meisterhaft zu tarmen. Ihr sollt ihn nun aufspüren und verjagen. Zitat Ende. Was im Nationalsozialismus der Kohlenklau war, hieß in der DDR der Wattfraß. Das kleine schwarze Teufelchen, dessen Schwanz in einem Stecker endete, sollte Kinder und Jugendliche seit Ende der 1950er Jahre zum Energiesparen animieren. Zu diesem Zweck erschienen in den von der FDJ herausgegebenen Zeitschriften regelmäßig einschlägige Comiczeichnungen. Auf einer sieht man den Kobold zum Beispiel unter der Überschrift »Kennt ihr ihn noch?« Darunter heißt es »Jawohl, es ist Wattfraß. Er kommt in den Wintermonaten und will unserer Industrie den Strom wegfressen.« Unter den Namen der Wintermonate mit verschiedenen abendlichen Uhrzeiten steht »Helft wieder alle mit, besonders in der angegebenen Stunde, nur wenig Strom zu verbrauchen. Durch eure Hilfe konnten vergangenes Jahr zusätzlich Millionen Werte produziert werden. Jagd ihn! Es lohnt sich!« Auf einer weiteren Zeichnung ist eine Art Demonstration zu sehen. Der Kobold hängt aufgespießt auf einem Dreizack. Dahinter trägt ein Junge ein Plakat mit der Aufschrift »Nieder mit Wattfraß«. Andere Kinder führen ein Bügeleisen, einen Tauchsieder und weitere Haushaltsgeräte mit sich, während auf einem quergespannten Transparent steht »Benutzt uns nicht von 17 bis 18 Uhr«. Um die Bürger zum Energiesparen zu animieren, gab es in der DDR in den 1980er Jahren sogar eine eigene Fernsehsendung mit dem Titel »Gewusst wie spart Energie«. All diesen Kampagnen zum Trotz gehörte die DDR dennoch zu den größten Energieverbrauchern der Welt, mit einem jährlichen Pro-Kopf-Verbrauch von 7,8 Tonnen Steinkohle-Einheiten, benötigte sie zuletzt rund 20 Prozent mehr als die weit stärker industrialisierte Bundesrepublik. Der Endenergieverbrauch in der DDR stieg zwischen 1973 und 1987 sogar um 27 Prozent, während er sich in Westdeutschland im selben Zeitraum nur unwesentlich veränderte. Und das führt zu einer weiteren Lehre aus der Geschichte. Hauptursache des hohen Energieverbrauchs in der DDR war, dass es keinen finanziellen Anreiz zum Sparen gab, weder für die verstaatlichten Unternehmen noch für die Verbraucher. Allein die privaten Heizkosten wurden mit 100 bis 200 Mark pro Monat und Wohnung subventioniert. Trotz steigender Kosten und Löhne lag der Strompreis jahrzehntelang bei 8 Pfennig pro Kilowattstunde. Dadurch wurden in der DDR immer höhere Subventionen erforderlich. Zuletzt betrugen sie etwa ein Sechstel der Wirtschaftsleistung. Schaut man auf die milliardenschweren Entlastungspakete der Bundesregierung, scheint sich auch diese Politik derzeit zu wiederholen. Nach der vorübergehenden Absenkung der Nahverkehrspreise auf 9 Euro pro Monat und der Auszahlung einer sogenannten Energiepreispauschale will die Ampelkoalition jetzt die Strom- und Gaspreise massiv subventionieren. So soll der Staat im Dezember die komplette Abschlagszahlung für Gas- und Fernwärme übernehmen. Ab Frühjahr soll dann nur noch für 20% des Verbrauchs der Marktpreis bezahlt werden. Bezahlt werden soll die sogenannte Gaspreisbremse aus zusätzlichen Krediten. Also auf Kosten derjenigen, die diese später abzahlen müssen. damit verhindert werden, die die Vorgehensvl 1. 4. 4. 9. 9. Vielen Dank.